So, am 1. September wird gewählt und zwar in Thüringen und in Sachsen und da liegen jetzt auch wieder erste Wahl-O-Maten für vor. Die gucken wir uns heute mal an zusammen. In Brandenburg wird auch noch gewählt, das dauert aber anscheinend noch eine Weile. Deswegen gibt es da auch noch keinen Wahl-O-Mat. Wir starten heute mal mit Thüringen. Wie immer gibt es Thesen, durch die man sich durchklicken muss. Wie immer bin ich mit der Situation vor Ort nicht vertraut. Ich wohne nicht in Thüringen, deswegen habe ich keine Ahnung über die Probleme vor Ort. Ich klicke mich einfach durch die Thesen, ohne da ein politisches Statement abgeben zu wollen oder ähnliches. Geht wählen, wählen ist wichtig. Macht euch eure eigene Meinung. Ihr müsst diesen Wahl-O-Mat selber machen. Ihr müsst euch selber mit den Themen vor Ort auseinandersetzen, um dann zu einer Wahlentscheidung zu kommen. Das hier ist keine Wahlentscheidung, keine Wahlhilfe, keine Werbung für irgendeine Partei. Ich klicke mich hier wie immer nur so aus Interesse durch. Wir starten mit Thüringen 2024. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. These Nummer 1, Waldstilllegung. Mehr Flächen des Thüringer Landeswaldes soll stillgelegt und der natürlichen Entwicklung überlassen werden. Da würde ich mal zustimmen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Der Flughafen Erfurt-Weimar soll in Betrieb bleiben. Da bin ich neutral. Da kenne ich mich eben mit den aktuellen Themen nicht aus. An Thüringer Schulen soll das Sitzenbleiben generell abgeschafft werden. Stimme ich nicht zu. Wenn jemand nicht die Leistungen bringt, wenn jemand den Stoff nicht verstanden hat, warum sollte er dann weiterkommen in die nächste Klasse? In Thüringen sollen keine weiteren Flächen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Stimme ich nicht zu. Windkraft ist gut, besser wie Atomkraft. Mehr Krankenhäuser sollen in öffentlicher Hand sein. Da stimme ich grundsätzlich auch zu. Hat nichts mit Thüringen zu tun. Hochschulen des Landes Thüringen sollen wieder für militärische Zwecke forschen dürfen. Warum nicht? Alle Geflüchteten sollen unabhängig von ihrer Bleibeperspektive Zugang zu gebührenfreien Deutschkursen haben. Stimme ich nicht zu, wenn jemand eh nicht bleiben darf. Warum sollte er dann Deutsch lernen? Aber es ist auch wieder ein kompliziertes Thema. Über welchen Zeitraum bleiben die dann hier? Und schwierig. An Thüringer Schulen soll vorrangig das traditionelle Familienbild Vater, Mutter, Kinder vermittelt werden. Grundsätzlich stimme ich da nicht zu. Das Kind soll sich selber finden, seine eigenen Werte. Auch wieder ein schwieriges Thema. Wenn ich jetzt aber zu jedem Thema eine halbe Stunde was sage, dann macht das auch wieder keinen Sinn mehr. Also wir gucken mal, dass wir hier zügig vorankommen. Hochwasserschutz soll in Thüringen vorrangig durch die Ausweisung neuer Überschwemmungsgebiete erfolgen. Empfängerinnen und Empfängern von Bürgergeld, die Jobangebote ablehnen, sollen weiterhin Leistungen gekürzt werden können. Stimme ich nicht zu. Die Idee von Bürgergeld war mal eine ganz andere, wenn ich euch daran erinnern darf. Parteien sollen den Anteil von Frauen und Männern auf ihren Wahllisten weiterhin selbst festlegen dürfen. Thüringer Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarf sollen in der Regel gemeinsam unterrichtet werden. Stimme ich zu. Das Land Thüringen soll die ökologische Landwirtschaft stärker fördern. Ja, das Amt für Verfassungsschutz Thüringen soll abgeschafft werden. Nein. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum soll von der Grunderwerbssteuer befreit sein. Da stimme ich zu. Mit der Versetzung in die 11. Klasse sollen alle Schülerinnen und Schüler ohne das Ablegen der besonderen Leistungsfeststellung den Realschulabschluss erhalten. Da bin ich neutral. Die Hürden für Volksentscheide in Thüringen sollen gesenkt werden. Stimme ich nicht zu. An Thüringer Schulen soll weiterhin konfessioneller Religionsunterricht angeboten werden. Grundsätzlich ja. Vielleicht optional. Wenn sich jemand partout nicht mit Religion auseinandersetzen will, dann muss er das auch nicht müssen sozusagen. Aber ich meine grundsätzlich sollte das Angebot da sein. Private Solaranlagen sollen durch das Land Thüringen finanziell gefördert werden. Da bin ich jetzt mal neutral. Thüringen soll sich für die Erhöhung der Mindestvergütung für Auszubildende einsetzen. Bin ich auch neutral. In Thüringen sollen verbindliche Sprachtests vor der Einschulung eingeführt werden. Neutral. Für die Reparatur von Elektrogeräten soll ein Zuschuss vom Land Thüringen garantiert sein. Nein. Da läuft grundsätzlich was schief. Eigentlich sollten die Elektrogerätehersteller ihre Geräte so bauen, dass sie länger halten. Drogenkonsumräume. Thüringen soll die Einrichtung von medizinisch betreuten Drogenkonsumräumen unterstützen. Das finde ich grundsätzlich gut. Unabhängig von Thüringen. Die Begrenzung der Neuverschuldung, Schuldenbremse soll in die Thüringer Landesverfassung aufgenommen werden. Neutral. In Thüringer Schulen sollen sprachliche Formen verwendet werden dürfen, die neben männlich und weiblich auch weitere Geschlechter abbilden. Schwieriges Thema. Ich glaube man kann die ganzen 72 Geschlechter, die es angeblich gibt, gar nicht jeweils ansprechen. Kompliziert. Aber grundsätzlich sollten auch diverse Leute respektiert werden. Bei polizeilicher Ermittlungsarbeit soll künstliche Intelligenz eingesetzt werden dürfen. Nein. Schon, aber auch schwieriges Thema. Möchte ich nicht näher ausführen. Kommunale Kulturangebote sollen vom Land Thüringen stärker finanziell gefördert werden. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Thüringen soll ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer konsequent abschieben. Ja, bringt ja auch nichts, wenn die jetzt die nächsten 10 Jahre hierbleiben. Versteht mich nicht falsch. Pflegebedürftige Personen sollen vom Land Thüringen einen Zuschuss zum Pflegegeld erhalten. Finde ich gut. Eltern sollen sich weiterhin an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in Kindertageseinrichtungen beteiligen müssen. Das Land Thüringen soll die KZ-Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora stärker finanziell fördern. Das Land soll weiterhin Beschneiungsanlagen für Wintersportstandorte in Thüringen fördern. Stimme ich nicht zu. So ein Quatsch. Wenn es keinen Schnee gibt, dann gibt es halt auch keinen Wintersport. Das Programm des Mitteldeutschen Rundfunks soll sich auf Informations- und Bildungsangebote beschränken. Nein, die können selber entscheiden. Nein, sollten selber entscheiden können, was sie machen. Thüringen soll verstärkt Fachkräfte aus dem außereuropäischen Ausland anwerben. Das macht Sinn, da kommen wir langfristig gar nicht drumherum. Die Bundeswehr soll weiterhin Veranstaltungen an Thüringer Schulen durchführen dürfen. Stimme ich nicht zu. Die Schule sollte ein neutraler Raum sein und keine Nachwuchsanwerbungsstätte sozusagen. Thüringen soll am Ziel der Klimaneutralität festhalten. Thüringen soll die Sanierung von Dorfkirchen weiterhin finanziell fördern. Jugendliche sollen bei Landtagswahlen in Thüringen ab 16 wählen dürfen. Da bin ich grundsätzlich dagegen, also dass Menschen ab 16 wählen dürfen. Ich finde, 18 sollte man schon sein. Ich durfte auch erst mit 18 wählen. Also gut, hier können wir wie immer den einzelnen Thesen unterschiedliche Gewichtungen zuweisen. Ich möchte es aber mal dabei belassen. Ich wähle alle Parteien gleichzeitig aus, ebenfalls wie immer. Und dann geht es weiter zum Wahl-O-Mat-Ergebnis. Ich bin gespannt. Mir wird empfohlen, die Piraten oder die Grünen zu wählen. Eventuell auch noch SPD und Linke. Bündnis Sarah Wagenknecht. Bündnis Deutschland. Ja, da bin ich jetzt schon raus. Also ab BSW. Tierschutz hier. FDP, CDU. Und die AfD stimmt irgendwie gar nicht so mit meinen Antworten überein. So, dann kann man das Ganze noch tunen. Aber das macht keinen Sinn. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Weiter zum Parteienvergleich. Hier kann man zu den einzelnen Thesen sehen, inwieweit das mit den zwei am meisten empfohlenen Parteien übereinstimmt. Dann gibt es hier noch Begründungen. Ich belasse es aber dabei. Fand ich interessant, was hier rauskommt. Und dann befasse ich mich noch mit dem Wahl-Swiper als Alternative zum Wahl-O-Mat. Ihr könnt natürlich auch beides machen. Und dieses Mal befassen wir uns mit der Landtagswahl in Sachsen 2024. Diesmal checken wir den Wahl-Swiper aus. Soll sich Sachsen im Bundesrat für eine Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 14 Euro einsetzen? Ja. Sollen Betriebe, die nicht ausbilden, eine Ausgleichszahlung leisten? Ja. Sollen öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif oder übertariflich bezahlen? Ja. Sollen die Sanktionen gegen Russland abgeschafft werden? Nein. Soll sich Sachsen für dauerhafte Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien einsetzen? Nein. Soll in Schulen über verschiedene sexuelle Orientierungen LGBTQ aufgeklärt werden? Selbstverständlich. Sollen Kitas für alle kostenfrei sein? Nein. Sollen die Lehrpläne aller 16 Bundesländer vereinheitlicht werden? Wäre an sich eine nice Sache, hat aber jetzt weniger speziell mit der Sachsenwahl zu tun. Ich finde es gut, aber da müsste es eine umfassende Schulreform geben. Sollen Smartphones in der Grundschule verboten werden? Nein. Soll das Wahlalter bei Landtagswahlen auf 14 Jahre abgesenkt werden? Auf gar keinen Fall. Sollen auch Nicht-EU-Staatsbürger in Kommunalwahlen wählen dürfen? Nein. Soll Sachsen aus der Bundesrepublik Deutschland austreten? Sexit? Nein. Was ist das für eine Frage? Soll Kohle bis mindestens 2038 als Energiequelle genutzt werden? Schwieriges Thema. Ja. Soll die Grunderwerbssteuer abgeschafft werden? Nein. Soll die Grundsteuer abgeschafft werden? Nein. Soll die Schuldenbremse abgeschafft werden? Nein. Sollen die Rundfunkgebühren abgeschafft werden? Nein. Soll es einen Untersuchungsausschuss zu den Corona-Maßnahmen in Sachsen geben? Soll die Arbeit an Schulen die Hälfte des Lehramtsstudiums ausmachen? Nein. Soll die Anzahl an Polizeistreifen im Land erhöht werden? Soll die Polizei in Problembezirken anlasslose Kontrollen durchführen dürfen? Nein. Das ist auch ein schwieriges Thema. Die Polizei findet immer einen Grund, wenn sie denn einen braucht. Und deswegen ist das Quatsch meiner Meinung nach. Soll die Förderung von Kulturprojekten stärker auf traditionelle deutsche Kultur fokussiert werden? Nein. Soll sich Sachsen dafür einsetzen, keine weiteren Flüchtlinge aufzunehmen? Natürlich nicht. Sollen Sprachkurse für Geflüchtete unabhängig von ihrer Bleibeperspektive angeboten werden? Das beantworte ich genauso wie eben im Wahl-O-Mat. Soll ein traditionelles Familienbild Richtschnur der Politik sein? Soll Sachsen bis spätestens 2045 klimaneutral sein? Ja, das ist ja noch eine Weile hin. Das finde ich gut. Soll landwirtschaftliche Fläche zugunsten der Wiedervernässung von Moorflächen aufgegeben werden? Schwieriges Thema. Aber ja. Soll der Verfassungsschutz des Landes aufgelöst werden? Nein. Soll der Verfassungsschutz V-Leute in extremistischen Gruppierungen einsetzen? Nein. Sollen Supermärkte am Sonntag geöffnet sein? Nein. Soll der Bau von sozialem Wohnraum stärker gefördert werden? Ja. Das gilt aber für ganz Deutschland meiner Meinung nach. Soll es eine ostdeutschen Quote von 50% bei Neubesetzungen im öffentlichen Dienst geben? Sollen Tierversuche in der Forschung abgeschafft werden? Schwieriges Thema. Eigentlich sagt mein Herz ja, aber ich glaube unter bestimmten Umständen. Nein. Soll der Bürgergeldbezug für Ukrainer beendet werden? Nein. Sollen Mitglieder von Landtag und Landesregierung maximal einmal wiedergewählt werden dürfen? Nein. Und damit sind wir durch. Jetzt wählen wir alle Parteien aus und schauen uns das Ergebnis an. Das überrascht mich ein bisschen. Ich soll die ÖDP wählen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Aha. Die ökologische demokratische Partei. Und ansonsten sehen wir wieder ein ähnliches Bild wie beim Wahl-O-Mat. Die Linke ist bei mir relativ weit vorne. Komischerweise auch die CDU. CDU, SPD gleichauf. Die Partei ist relativ weit vorne. Piratenpartei. Ja. Und damit sind wir dann durch. Interessantes Ergebnis. Auch hier beim Wahl-Swiper. Auch hier können wir uns noch diverse Erläuterungen zum Ergebnis ansehen. Für den Moment soll es das aber mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Und... Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020